Andreas, ich brauche dringend einen Trainingsplan für ein Sixpack. Diese Frage habe ich schon so oft gehört und leider ist es noch nicht ganz durchgedrungen. Es gibt letztendlich keinen Trainingsplan für ein Sixpack. Es gibt nur einen Trainingsplan für den gesamten Körper inklusive der Bauchmuskulatur und dazu natürlich ein gewisses Zeitfenster X in Kombination mit wertvollen Nährstoffen, mit einer guten Mahlzeitzufuhr zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Und dann wird nach einer gewissen Zeit ein Grundvolumen an Muskulatur aufgebaut und das kann man dann irgendwann freilegen, indem man die Körperfettschicht reduziert. Also mit einem Plan, einen Sixpack-Trainingsplan, den gibt es in der Form nicht, sondern immer eine Kombi aus Ernährung und über mehrere Trainingspläne und über Zeitpunkt X, bis du einen Sixpack hast. So einfach kann es sein.